Moin Leute! So, mal gucken, ob wir jetzt endlich mal hier weiterkommen. Wir haben die rote Karte und da kommen wir noch nicht rein. Das haben wir ja schon rausgefunden, dummerweise. Und jetzt gucke ich mich gerade mal nochmal kurz um hier. Ob ich hier irgendwie was übersehen habe, vergessen habe. Da hätten wir auch noch was Rotes. Das liegt mir gerade so auf. Ach, verdammt. Ja, wie komme ich jetzt da hinten drauf? Das ist jetzt die Frage. Na, hier gibt es ja auch so nichts Besonderes. Ui, ui, ui. Ganz ruhig, alles wird gut. Jetzt bin ich hier, was gibt es hier Gutes? Leben, das brauche ich aber nicht. Was haben wir da hinten? Weiß auch keiner so wirklich. Ach, guck mal da. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, wie cool. Endlich. Endlich. Ui, 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 ui. Ui, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne ganz fürchterlich. Ich weiß auch die ganzen Shortcuts gerade gar nicht mehr. Ei, 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 ei. Warte, das lösen wir. So, jetzt bin ich wieder halbwegs drin. Das tut ja doch völlig weh. Würdest du jetzt mal bitte sterben gehen? Ich habe die irgendwie leichter in Erinnerung. Ich weiß ja auch nicht. Kriegst du heute noch wieder auf? Hallo? Ach, ganz toll. Alter. Jetzt geht es mal aber auf den Keks hier. Was? Hä? Verarsch mich nicht. Es ist tot. Ich habe es vollbracht. Oh, Wunder. So, dann hätten wir auch. Komm, dich auch noch bitte. Danke. Äh, wie haben wir das nochmal? Hier hin irgendwie und dann... Ah. Oh, 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 oh. Da schießt was, da schießt was, da schießt was. So, läuft doch. Gott, die sind hier hier. Clipdinger gerade rum. Einmal hoch, bitte. Danke. So, leh. Wie kommen wir da jetzt hier? Oh. Uiuiuiuiui. Uiuiui. Ich würde es nicht mal tun. So. Aber endlich sind wir mal hier wieder weitergekommen. So. Jetzt muss ich aber gucken, dass wir nicht gleich schon wieder hängen. So, blaue Karte haben wir jetzt. Ich gehe jetzt am... Ich bin jetzt mal so frei und gehe mal da runter. So. Und irgendwie kribbelst du mir gerade ständig in der Nase. Das missfällt mir gerade übelst. Oh. Aha. Okay. Habe ich auch wirklich alles jetzt mitgenommen, was irgendwie mitzunehmen ging? Gerade nochmal gucken gehen. Ah, da oben. So. Wo sind wir denn nun gelandet? Ah, Schalter. Tür. Ah, okay. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Wenn ich mich richtig entsinne. Mal suchen. Aber wir suchen jetzt die blaue Tür. Es ist viel zu dunkel hier alles gerade. Ja, wo ist jetzt die blaue Tür? Ah, da hinten ist doch was. Das ist die Frage, wie ich wieder da rüberkomme. So. Vermute ich jetzt einfach mal, dass das jetzt so richtig war. Mäh. Hm. Ich muss ja irgendwie noch da hinten drauf kommen. Das ist jetzt aber blöde. Wie machen wir dat? Wie machen wir dat? Nein. So will es nicht funktionieren. Schade. Muss ich irgendwie anders da nochmal hinkommen? Irgendwie geht das doch bestimmt. Ich von hier. Nein, ne? Da war jetzt auch nichts. Stimmt. Also es muss irgendwas mit diesen roten, äh, Türen-Dinger da zu tun haben, wo ich vorher nicht durch konnte. Irgendwo da muss jetzt was sein. Und da sind wir ja gerade erst gekommen. So. Probieren wir das jetzt mal so. Was gibt's denn hier Gutes? So eine Taschendampe wäre mir echt nicht verkehrt. Ach gut, jetzt ist es wieder das hier. Oder was genau hat der Schalter jetzt hier gebracht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aha, da ist noch was. Da ist noch was. Immerhin habe ich das jetzt gefunden hier. Das kleine Blitzen hier mit Waffen und keine Ahnung was. Aber ansonsten kann man festhalten, dass ich schon wieder irgendwie festhänge. Ha, scheiße. Das gab's da hinten nochmal. Das habe ich auch wieder vergessen. Ich werde so alt, ey. Das geht's gar nicht. Was hat mir jetzt das hier gebracht? Ich weiß es nicht. Irgendwie muss das funktionieren hier. Lass mal gucken, ob wir da hinten rein können irgendwie. Ob das hier jetzt irgendwie was bringt? Komm ich da? Nein, komm ich nicht. Ah, doch hier. Hä? Wieso sieht das... Ach, Gott sei Dank. Ich habe gerade schon gedacht, ich komme jetzt nicht mal hoch hier. Ach, da liegt was Unsichtbares. Ich habe gerade schon gedacht, da wäre irgendwie was. Ah, okay. Ich speichere mal noch gerade. So, das wäre dann auch vollbracht. Ich höre irgendwas, aber ich weiß. Ah, da bewegt sich was. Hallo, ich bin hier. Machen wir lieber hier mit einem Staubsauger. Ist das hier jetzt schon tot? Würde mich aber arg wundern. Das ging ja richtig flott hier. So. Dann muss ich wahrscheinlich wieder rüber jumpen irgendwie. Also wieder speichern hier am besten. Ach, das ist schon der Ausgang. Null von Null. Monstern. Oh, da habe ich ja schon alles fertig hier. Das ist ja mal interessant. Industrial Zone. Oh. Das ist aber nicht nett hier. Oh, so viele Medipacks noch. Wir haben wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich mit so viel Life hier noch irgendwie... Äh... Raus. Hä? Komm mal. Ich war... Er hat zwar gemeint, es speichert. Also ich vertraue mir jetzt einfach mal dem Demon. Ja, schießt ihr euch ne gegenseitig ab. Hab ich aber auch wirklich gar nichts dagegen. Äh. Ui, 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 ui. Ach, da ist noch wer. Ja. Ui, 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 ui. Ich habe hier noch gar keine rote Karte. Das stimmt, da war ja was. Ich muss ganz schnell hier raus weg hier leben. Das sieht mir böse nach Lava aus hier, aber... Irgendwie werden wir schon drüber kommen. Hoffe ich doch jetzt mal. Ui, ui. So. Haben wir das auch geschafft? Oh, au, 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 au. Jawohl, prima. Hast du gut gemacht. Ah, das ist wieder das sehr. Okay. Was haben wir hier schönes? Da geht's jetzt noch hier irgendwo hoch. Das ist nicht nett. Tote Tomate. Ach, da oben ist Dingens. Wie, haha, wie komme ich da dran? Verdammt. Weiß man nicht, ne? Müssen wir jetzt springen können oder so? Aber können wir ja nicht. Vielleicht finde ich ja sowas hier, ne? Oh nein, sieht nicht so aus. Irgendwie müssten wir jetzt da hoch, aber das geht ja irgendwie nicht. Das ist jetzt leicht kacke. Also wieder zurück, Marsch, Marsch. Haben wir hier vielleicht irgendwas vergessen oder übersehen oder irgendwas, das wir noch machen müssen. Kann ja auch sein. Oh ja, ja, au, 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 au. Und wo kam denn das jetzt bitte? Ah, Hilfe. Könnt ihr mal Opfer auf mich zu schießen? Ich hab auch sowas wie Gefühle, ey. Ach, komm schon. Das hätte jetzt ruhig mal funktionieren können. Oh. Uh, das ging ja. Ist ja richtig flott gefallen hier. Ja. So, gehen wir jetzt mal hier hoch. Ah, gut. Habt ihr schon 100% live? Ah, geht, Nerver. Jetzt bin ich hier und hab keine Ahnung, was ich jetzt hier oben machen soll. Ah. Hm. Wo bin ich jetzt gelandet? Nein, irgendwas muss ich hier oben machen, aber ich weiß nicht was. Scheiße. Was das hier ist, weiß ich auch nicht so genau. Ob das eine Deko ist oder sonst irgendwas. Ja, das war nur wieder mit der roten Karte, wo man nicht... Was denn das da hinten? Kommen wir da... Nein, kommen wir nicht, ne? Ah. Ich müsste mir da langs irgendwie springen, ne? Wer weiß das schon. Oh. Äh, wo ist der hin? Treffen nicht. Ach, komm. Na, ich mach mir noch grad einen kleinen Cut und dann, äh, sehen wir mal weiter gleich. Also, macht's gut. Bis in ein paar Sekunden. Tüdelü.